Maximum Respekt. Thea ist auf jeden Fall die krassste Mann. Viel, viel, viel Kraft, viel Power, viel Hoffnung. So muss es gehen, Alter. Sie hat es drauf, auf jeden Fall nicht nur mit Musik was rüberzubringen, sondern mit vorm Herzen auch was zu bewegen in der Welt. Und ich kann nur sagen, unterstützt sie. Ihre Projekte sind überkrass. Checkt die Mucke aus. Die Website wird mir schon noch eingeblendet. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, mach weiter so und one love. Du weißt, worum es geht. Diea, Queen of Light, big respect, Mann. Keep on rising, keep on shining. You know how it works. Give it from the heart straight to the mind. One love, bless it.